In den bisherigen Ausführungen wurde deutlich, dass die Konsequenzen des Klimawandels und der Umwelt unbedingt vorhanden sind. Aber es zeigt sich auch, dass dies nicht so einfach ist, da es bei den Umweltprozessen und deren Veränderungen viele Wechselwirkungen bestehen. In manchen Bereichen sind die Wirkungen des Klimawandels sehr evident, zum Beispiel bei den Extremereignissen. Und seien Sie hier bitte nochmal auf die entsprechende Lektion 6 verwiesen. In anderen Bereichen ist es aber nicht so klar und so eindeutig. Die Wirkungen des Klimawandels Vielen Dank.